moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben fast kleine probleme jetzt noch hinzu dass wir so viele unentschieden schon gesammelt haben unser bester keeper ist verletzt das ist richtig scheiße ich habe überlegt barilla ist auch noch verletzt dazu noch dabei gesagt hier sind die neuen geil dass der direkt verletzt ist all das ist doch unglaublich es ist doch ein witz wo wir den anderen macht zu chefs die mit wir haben ein paar personal sorgen so leute wir spielen übrigens gegen astoria waldorf schau mal wie wird sie spielen die spielen naja ja diesen naja wird schon irgendwie irgendwie ich wollte eigentlich nur eine anzeige machen haben wir ein bisschen zu schnell gespielt scheiße maaaann ru sieva mehr fordern sch 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 ein ich bin bedanke inord constitution ich bin ganz öf aus b ich bin bezü nationalism Boah, Gasolucci mit einer Glanzparade. Ah nein, der war drüber. Oh mein Gott, Alter. Ich habe so ein Gefühl, dass Waldorf gerade etwas die Macht übernimmt. Boah, Scheiße. Winter werde ich auch ein paar Testspiele machen. Die werde ich, denke ich, nicht zeigen. Doch, vielleicht im Livestream. Weißt du, Zeiss? Oh mein Gott, Alter. Wie kann er den halten? Wie gesagt, ich werde die Testspiele im Winter wahrscheinlich nicht zeigen. Vielleicht im Livestream. Nur ganz vielleicht. Also vielleicht zu 40 Prozent oder so. Ich habe nur Lust zum Livestreams-Mocken. Und ja. Später habe ich auch auf jeden Fall die Ente zu sagen, die ich in den Testspielen erzielt habe. Was machen die dann schon nochmal da für eine Scheiße? Ich würde gerne wissen, wie es in Elversberg steht. Ich glaube, im Winter hole ich noch mal ein paar Elversberg auf Laie oder im Sommer. Ich würde mich verarschen. ok ich glaube ich habe vergeigt jetzt wird es spannend leute jetzt wird es spannend jetzt wird es spannend jetzt wird es aber sehr spannend ich glaube meine spieler sind nämlich jetzt ein bisschen beleidigt ich habe auch vergessen übrigens zu wechseln gerade das ist hier nicht weil der noch verletzt ich bringe den joshamorin und matuschewski für jakob golly noch für fröse schau wir mal mein gott alter bei uns ist der weltuntergang andere auf jakob der kommt gut jakob 1 0 das gibt es nicht ich glaube ich gehe verrückt das team was was ich leute ich werde verrückt es steht einfach 0 1 0 für mich was was jetzt ab ich fühle was was oh joshamorin da kann ich nicht nochmal wechseln das war ein fädler den joshamorin zu kriegen ja ok ich bin jetzt so ganz übel am zittern jetzt ein bisschen beruhigen ich lobe einfach mal André Beckham Ballingen führt gegen elversberg alter noch besser geht es nicht Leute ich weiß nicht was mit beim spiel grad hier ist 2 0 joshamorin ich nehme alles zurück joshamorin maschallah maschallah ich nehme alles zurück das gibt es nicht was ist jetzt los tschüss was ist los alter oh mein gott was ist jetzt los oh mein gott ich führe einfach mit 2 0 alter Zeit Golei Golei Zeit oh was den Ball oder auch nicht Mario Müller flankt oder zieht ab Boah ich dachte er ist drin ich habe ihn schon drin ich habe ihn schon drin gesehen Leute das Alter das ist geil das ist einfach unfassbar dass ich jetzt einfach 2 0 für ich ich komme auf mein Leben nicht mehr klar schaffe ich die Wände ich bin auch schon gespannt wann die erste Niederlage kommt save gegen elversberg alter save gegen elversberg save gegen elversberg oh oh goll ich fass ist 3 0 eh nein bitte nicht bitte nicht alter 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 ne alter alter was waren deste jetzt oh wei jetzt habe ich angst boah alter ich habe gerade herzen fatten gekriegt 2 2 2 2 elversberg recht aus Luca Dürholz oh mein Gott Leute ich alter ne krass das ist krank komm steck durch Bruder wohin denn boah ich habe so angst dass ich jetzt noch ein Ausgleich kressier scheiße NE wie denn neunzigste ich fass ist ned wieso wieso stelle ich alles in die Apfel rein alter wieso stelle ich alles in die Apfel rein alter Jakob 3 2 boah alter das ist so spannend alter oh scheiße boah alter tschüss 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 b Ding nach vorn Wieso pfeift der nicht ab? Wieso pfeift der nicht ab? Pfeift doch jetzt ab, alter Du bist so dumm, pfeift doch mal ab Hallo Wann pfeift der nicht ab? Er fällt knapp Oh mein Gott Der Lock kommt auf meiner Wunschliste Kann man denn vielleicht jetzt schon ein Vertragsangebot machen? Direkt Ich will den haben Ablose Summe, wie viel Geld habe ich noch? Ich weiß es gar nicht Ich will den haben Schleuchten Und ich will den haben Ich will den haben Ich will den haben Everspeck, so wie es ausschaut, hat ohnehin gegen gespielt. Welche Position spielt denn der? Mittelfeld. Wo kann man den dann hier einfügen? Da haben wir es doch. Da haben wir es dann, wie es ausschaut. Bin niedlich, nur noch nicht. Die Frage ist, was das Problem ist. Wann nicht? Also sollte man den dann hier, wie es ausschaut. Wie man so macht den hug. Denn es ist dahin, dass die Überspannungen in die Post, das war es jetzt auf jeden fall mit diesem video ich hoffe euch hat es gefallen und haut rein bis zum nächsten mal bleibt gesund und tschüss